Hi zum nächsten Logic-X-Tutorial von mir. Ich möchte in diesem Tutorial auf die Snap-Modi eingehen, beziehungsweise zu deutsch Einrast-Modi. Die sind wichtig, wenn ihr mit Regionen arbeitet in eurem Arrangement, wenn ihr sie verschieben wollt, kopieren wollt, schneiden wollt, dann solltet ihr darüber Bescheid wissen. Wenn man nämlich nicht genau weiß, was diese einzelnen Modi hier bedeuten, können sie ihn teilweise auch in den Wahnsinn treiben. Okay, hören wir uns mal das Stück hier an. Ein kurzes Stück und dann zeige ich euch den Part, den ich bearbeiten möchte. Musik Ihr hört hier diesen mehrstimmigen Gesang hier, Feel the Coco out of love. Und ich möchte diesen Gesangspart hier, diese Harmonies oder Background Vocals, möchte ich gerne hier in diesem Zwischenpart hier weiter kopieren. Und zwar über die Lead Vocals drüber. Die singen nämlich hier im Moment alleine. Und da möchte ich jetzt einfach das dreimal kopieren. Wir haben hier diese Backing Vocals und um eine bessere Übersicht zu bekommen, schneide ich erstmal vorne und hinten ein Stück weg. Und das mache ich, indem ich diese Region hier markiere. Dann kann ich mir entweder das Schneidewerkzeug holen, das Scherenwerkzeug und kann direkt hier schneiden. Oder ich kann mir einen Tastaturkurzbefehl anlegen. Das habe ich schon gezeigt, wie das geht. Ich mache es immer über einen Tastaturkurzbefehl, weil ich meistens eh eine Hand an der Tastatur habe. Und hier hinten schneiden wir es auch nochmal. Schauen, dass wir nichts abschneiden. So sieht es gut aus. Gleicher Vorgang. Und jetzt möchte ich diese Regionen hier mit den Backing Vocals über die Lead Vocals drüber kopieren. Dazu muss ich sie nach hinten verschieben. Hören wir mal, wo der Gesang kommt. Also hier ungefähr fängt er an. Und jetzt kommen wir zu diesen Einrastmodi, die wirklich wichtig sind, damit ihr auch so verschieben könnt, wie ihr gerne möchtet. Zu dem intelligenten Modus komme ich gleich. Wir fangen mal hier mit Takt an. Weil das am einfachsten erstmal ist. Wenn ich also jetzt taktweise verschieben möchte meine Region, dann schnappe ich sie also einfach hier. Dann schnappe ich sie jetzt einfach alle hier und fange jetzt an zu kopieren. Also ich möchte ja nicht verschieben, das war falsch, sondern kopieren. Also ich drücke, halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe. Und jetzt seht ihr, dass ich immer nur taktweise einrasten kann. Er lässt mich immer nur taktweise einrasten. Und im Moment seht ihr auch, dass ich hier nicht auf die Downbeats, also auf die absoluten Taktzahlen einrasten kann, beziehungsweise muss, sondern ich kann hier auch, das ist jetzt glaube ich immer die 4. 1, 2, 3, 4, genau. Lässt er mich einrasten. Da kommen wir zu diesem Modus hier. Das lässt er mich deswegen machen, weil hier steht Region bei relativem Wert einrasten. Der relative Wert bezeichnet den Wert, an dem ich anfange zu kopieren. Und das ist hier in diesem Fall also die 4. Und jetzt lässt er mich, also die Region geht los bei Takt 81, Schlag 4. Und wenn ich jetzt verrücke, lässt er mich das nächste Mal einrasten, wenn ich hier Takt gewählt habe, bei Takt 83, Schlag 4. Würde ich jetzt hier auswählen, ich gehe erstmal zurück. Würde ich jetzt hier auswählen, Regionen bei absolutem Wert einrasten, könnte ich das nicht einmachen, sondern er lässt mich nur auf die Downbeats einrasten, also auf absolute Werte. Ich kann jetzt nicht mehr auf den 4. Schlag einrasten, sondern ich kann immer nur auf die Downbeats einrasten. Also auf ganze Takte jetzt in diesem Fall. Ich lasse es jetzt aber bei relativem Wert, weil ich einfach mehr Flexibilität möchte. Der nächste Modus sind Beats. Beats bedeutet in diesem Fall, dass es Viertel sind. Wir haben hier einen Viervierteltakt und die Beats sind in diesem Fall also meine Viertel. Eins, zwei, Entschuldigung. Eins, zwei, drei, vier. Das sind meine Beats, meine Viertel. Und jetzt kann ich also beatweise nach vorne rutschen. Ich muss das mal wieder kurz löschen. Ich nehme also meine Region hier und rutsche jetzt beatweise nach vorne. Eins, zwei, drei, vier. Und so weiter. Okay, ich zoome ein bisschen rein. Das nächste ist Rasterwert. Rasterwert bezieht sich hier auch, also wie die ganzen Modi eigentlich auf die Taktart, die ihr gewählt habt und die Geschwindigkeit. In unserem Fall wären das jetzt Sechzehntel. Also Eins und E, zwei, E und E und so weiter. Jetzt kann ich also Sechzehntelweise nach vorne. Jetzt habe ich kopiert, Entschuldigung. Sechzehntelweise kann ich jetzt nach vorne gehen. Und wenn ich Ticks wähle, logischerweise, dann wären wir in diesem Fall jetzt bei Zweiunddreißigstel. Das heißt, ich kann also noch genauer jetzt nach vorne ziehen. Ich kann mich noch genauer hier im Grid bewegen. Was als nächstes kommt, sind Frames und Quarter Frames. Diese beiden Modi braucht ihr zur Videobearbeitung. Das heißt also, wenn euer Video hier in Frames eingeteilt ist, könnt ihr die Audio-Region an bestimmte Frames des Videos ziehen. Wenn ihr Samples auswählt, dann könnt ihr, wenn ihr hier Samples habt in eurem Projekt, die Regionen von Sample zu Sample schieben. Ich belasse es jetzt hier mal bei Beats und wir kopieren jetzt die Regionen hier einfach drüber. So, wir hören es nochmal an. Ich denke, hier sind wir richtig. Ich drücke also wieder Alt. Mal sehen, ob es jetzt genau hier drauf kommt. Und so weiter. Also wir haben das Glück gehabt, die Backing-Vocals hier, der Beginn der Backing-Vocals kam genau auf einen Viertelschlag. Somit war es recht einfach, jetzt hier rüber zu ziehen oder zu kopieren. Wenn ihr euch, wie gesagt, genauer im Arrangement bewegen müsst, dann könnt ihr also hier über diese Einrast-Modi einfach genauere Einstellungen vornehmen. Und könnt also dann euch genauer und in kleineren Schritten hier im Arrangement hin und her bewegen. Okay, das war es schon für jetzt und morgen beschäftigen wir uns dann mit den Verschiebe-Modi, die mindestens genauso wichtig sind. Und dann geht's schon wieder. 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 Vielen Dank.